Mission 3 weicht tatsächlich mal von der üblichen Erobere alle Türme Struktur ab. Wir sind umgeben von zwei feindlichen Siedlungen und sollen unsere eigene so aufbauen, dass sie der Belagerung auf unbestimmte Zeit standhalten kann. Dazu müssen wir unsere Kampfkraft maximieren, mindestens 700 Kills sammeln und unsere eigenen Verluste möglichst gering halten. Verlieren wir mehr als 200 Einheiten, verschiebt sich unser Ziel nach hinten, bis zu potenziell 1300 Kills. Im Norden befindet sich eine feindliche Römer-Siedlung, die die Übergänge im Nordwesten und Nordosten kontrolliert. Im Südwesten befindet sich ein Übergang zu einer ebenfalls feindlichen Trojaner-Siedlung. Beine Siedlungen starten mit maximaler Kampfkraft, allerdings ist keine der feindlichen Siedlungen in der Lage zu uns zu expandieren, wir können also alle Türme, die nicht zur Verteidigung beitragen, abreißen. Die Bergkette im Nordwesten ist reich an Rohstoffen, wobei die Steinvorkommen etwas durchmischt sind. Dennoch empfehle ich den Bau einer Steinmine und auch die Investition eures Staatmanners in den Steinfluch, um einem Steinmangel vorzubeugen. Eine riesige Armee werdet ihr aber nicht brauchen, da ihr nur die gelegentlichen Angriffe der KIs abwehren müsst. Beide setzen großflächig Kampfmagie ein, was aber ein versteckter Vorteil ist, da durch Magie eliminierte Einheiten nicht als Kills zählen. Ihr könnt auch versuchen, mit Dieben und Bogenschützen feindliche Schwertkämpfer anzulocken, ich habe aber wenige geeignete Stellen gesehen. Was auch immer ihr tut, versucht keinen eigenen Angriff. Das ist Selbstmord sowohl für eure Einheiten als auch für eure Siedlung, da die KI euch dann vermutlich mit ihrer gesamten Armee angreifen wird. Wenn alles gut läuft, könnt ihr beide Ziele nach zwei Stunden Ingame-Zeit erreicht haben.